Wow! Was ist denn das? Wie? Eine Schild... eine Schildkröte! Gigantisch! Trifft es immer noch nicht recht? Du hast Takaya richtig ins Herz geschlossen. Ja, ihr versteht euch ja quasi schon wortlos. Das zockt von dem... Traum zwischen euch. Ist doch eh jedes Mal dieselbe Leier. Also dann... Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Noct, bist du dir da auch ganz sicher? Das Ding, ein Monster zu nennen, wäre noch untertrieben. Ich frage mich, ob wir nicht lieber aufgeben sollten. Hey, Noct, bist du von Sinnen? Noct, sag mal, geht's dir noch gut? Wir kämpfen. Große hat sich. Berg vor, ich kann immer mal kämpfen. Vorsicht! Sonst war's das. Mach mal cool bleiben, Frampton. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. War nett. Was du kennengelernt? Obwohl wir alles geben, schatz nicht zu räuchten. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Nein, 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 nein. Wir wollen. Wir sind zuerst. Wir leben noch. Das muss gefeiert werden. Das muss gefeiert werden.